Die Waffe ist extrem geil, die schubst halt einen mega weit weg. Wo findet man die denn? Weil die kannst du als Traitor kaufen. Ach, Tudor war auch Traitor? Ja. Ja. Die Sau. Hat er den Kevin verknuspert. Harry, wie der aus dem Fenster gefallen ist. Ich dachte mir, komm, ich vertraue für Sigma, der wird schon nicht sein oder nicht sein. So, jetzt. Wow! Aaaaaaah! Ey, der war sogar Traitor. Wie gesagt, das Kompilator-Granaten sind erlaubt, die schubsen die einen weg. Da unten ist Kevin und Mucca irgendwo. Ach, du Bastard. Ich weiß leider jetzt den Namen, ich werde gestorben. Ich erkenne die Stimme noch nicht. Wir haben auf jeden Fall nur noch einen Traitor. Wir haben nur noch einen Traitor. Wie viele Leute leben hier unterm Strich noch? Zwei, vier, fünf. Ja genau. Kevin, geh weg von mir! Vorsicht! Kevin ist bei mir. Immer wieder zum Detektiv hier. Wie siehst du es da oben mit seiner Sniper? Ja. Dann ist der Perry genau gegenüber mit seiner Sniper. Also wenn einer einfach so umfällt, ist es einer von den zwei. Genau. Alles abgedeckt. Wahrscheinlich sind es beide. Ich bin auch Innocent. Da ist der Perry. Was macht ihr denn da oben, wenn ihr so Innocent seid? Also ich glaube ja ganz ehrlich, dass Tudu das ist. Entweder ist das Tudu oder Kevin. Dann wäre schon einer von euch gestorben. Ich denke nicht Kevin. Ne, ich glaube Kevin. Ich glaube Kevin, ja. Tudu war es eben schon. Die Chance ist erstmal zwei hintereinander. Hier mal ganz kurz. Es gibt diese TNT Fässer und es gibt TNT und es gibt Fässer, die explodieren. Mach mal mit denen, also dass jeder Innocent auf die schießen darf oder nicht. Ja von mir aus. Der nicht mal eins. Oh. Besser gestorben. Nein Kevin, warum? Ich wollte ja hoch in den Turm. Ich bin aus. Ich bin aus. Du hast dich selber umgebracht. Ja, ja. Ich bin aus. Leider. Nochmal jetzt. Warum zum Teufel Mucke hast du mich einfach getötet? Ohne ethische rechtliche Grundlage. Du bist nach unten gefallen. Das war kein Roleplay. Bann. Bann. Das war. Das ist hier. Wie heißt das? Ähm. Random Deathmatch. Genau. Alle Leute haben es gesehen. Es war. Es war. Du bist nach unten gefallen. Du hast echt Glück gehabt, dass ich Traitor war. Nein. Wie gesagt. Diese Discombinator-Granaten. Wie machen wir das denn? Da sind diese Granaten. Die schubsen alles weg, was in der Nähe ist. Welche sind das? Die Runden. Die aussehen wie so eine Haie-Granate. Diese, die ich jetzt in der Hand habe. Hinter dir. Ja. Guck. Ja, ja. Ich kenn die. Genau. Das heißt also, ich würde dann in der Ecke gehen. Geh weg. Ey. Wenn ich jetzt sterbe, ist es Kevin. Wenn ich jetzt sterbe, ist es Kevin. Was? Schmeißt schon wieder die ganze Zeit mit Granaten der Mucca. Du siehst mich gar nicht, oder was? Ja. Dann gibt es noch diese Explosivfässer hier. Die man natürlich auch schauen. Ja, super. Ich sag doch Mucca ist es. Ja, ich hab nur einsechtig. Geh mal mit Mucca hier rein, wenn ich gleich tot bin. Hallo. Ich glaub, der Tudu ist es. Ja, genau. Soll ich euch ein Geheimdang zeigen? Ja, ich geh weg vom Mucca jetzt. Ich lass mich raus. Ich folge dem Mucca nicht mehr. Der schießt immer alles ab und dann sterben wir. Ich bin hier irgendwie gefangen. Ich komm hier nicht mehr raus. Wo seid ihr jetzt hin? Da ist einer. Wo ist der andere? Da gehts weiter. Wo kannst du denn gefangen sein? Ja, schon gut. Hat sich erledigt. Da schießt einer. Der Tudu. 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 Tudu ist es. Tudu ist der beste. Tudu ist es. Aua, da snipert einer. Quizix Turm einer. Wer behauptet denn, dass ich das bin? Technische Schwierigkeiten, Quizzix Sniperturm, Quizzix, aus dem Sniperturm, bei Quizzix, da oben Der ist immer in dem einen Sniperturm, hier Gantel, guck mal da, da vorne, da ist der immer Dass immer irgendwo einer campt man, Quizzix oder Parry, die campten immer irgendwo Ist ja normal Die beste Art zu überleben Vote Kick, Vote Kick, Vote Bun Kein RP, Random Deathmatch Nein, kein Einzelschuss Geh weg Oh Mann, ne Sniper Wie mach ich das weg? Mit Doppel-X oder M-A-X Teste mal Ja, es ist weg Ich hatte da so ein Fensterchen Oh Hi Mucka Das war nicht nett Mann, ich bin safe, ich bin detektiv Warum bin ich denn wieder innocent? Ich will endlich wieder Traitor sein Kevin Du bitte Nix Hier beginnt alles Bin hier oben gespawnt irgendwie, wie komm ich hier wieder runter? Wenn ich sterbe ist es Mucka, wenn ich sterbe ist es Mucka Oh, Perry ist Mucka Ich hab's nicht angeschossen, ich war neben dir Das war Quizzix da oben Kevin ist es, Kevin ist es, Kevin schießt auf mich Kevin schießt auf mich Quatsch Ich hab nur noch 8 Leben Kevin ist es Mucka? Ich bin bei dir Ich bin bei dir, du hast doch gehört, der Kevin ist es oder Parry, einer von den beiden Ne, er hat auf mich geschossen, ich schieß zurück Kann auch zwei sein, mein Freund Ich glaube auch, dass Parry das ist Oh, unten liegt er, könnte er dann Confirm den Confirm ihn Oh, da schieß einer, da schieß einer Hier ballert einer mit Sniper rum, da Boah Entschuldigung, Entschuldigung, Tutu, Entschuldigung Grante Grante Das war kein Auszusehen Auf keinen Fall Ich dachte, du wärst den mit Sniper geschossen, ne? Ja genau, darum steh ich neben dir Ah! Nein! Kevin ist bei den schwarzen Zwillingstürmen Achtung Hanno, ich hab da nichts gemacht Ja, ich hab Stammage gekriegt, Mann Ja, ich hab da nichts Ich guck dir das an, du schießt mich einfach an Was ist los mit dir, Mann? Hahahaha Also Das ist kein Spiel für mich, ne Einfach allen in die Fresse schlagen Oh Mann Wow Hey, da schieß einer auf mich Ja, auf mich Das, das ist, äh, Quizzix ist das Ich glaub, wo ist er? Oh, der ist hier im Turm Mucka, im Ernst? Du hast jetzt im Ernst ne Bombe gelegt? Ja, du musst runterkommen Hahahaha Ok, warte Ich mach eben Kevin weg Oha Du hast ja nur paar Sekunden Kevin, hallo Oh, passen soll ich nicht wieder runterfallen Hahahaha Also vom Geräuschspiegel könnte man meinen, alle sind tot Ja Ich frag mich so quilligstens Du hast direkt vor dir, unge Mucka Du hast ja gerade runtergekommen Dann ist er im Haus Ne, nehm dir Ne, nehm dir Boah, nein Ich hab so wenig abgeht Halt halt von 20 Ihr war Traitor, ihr Schweine Mucka war Traitor Ich war auch Traitor Ich hab, ich hab voll, äh, gegen Quizzix gewettert Gewettert, ja Gewettert, ja Gewettert, ja Auf jeden Fall nice, guck dir was Ob du schießt, wenn ich jetzt mal Oh nein, ich bin in der Luft geschwollen Du siehst das aber eigentlich immer links unten Äh, von wem du getötet wurdest Indocentrator, Detektiv Aber tu du, die Feuergranate hab ich auch geworfen Okay Bin ja auf dem Tor, Mann Was sehe ich hier oben Und du hast mich auch entzündet, ne? Vorhin Das könnte sein Wenn ich jetzt sterbe ist es Tudu, wenn ich jetzt sterbe ist es Tudu Grantl, wie kommen wir hier von dem Haus weg? Ja, das war das vorhin, wo ich sagte, wir sind gefangen Oder ich bin gefangen Ja, und wie kommt man hier runter? Ja, komm mit Hier Aha Wenn ich sterbe ist es Tudu, wenn ich sterbe ist es Tudu Wenn ich sterbe ist es Grantl Wenn ich sterbe ist es Tudu, wenn ich sterbe ist es Tudu Ich sterbe ist es immer noch, da ist eine Sackgasse, super Neh, bei mir ist Muka Du darfst mir ruhig hinterher rennen, wenn ich sterbe ist es Tudu Wenn ich sterbe ist es Tudu Ja ja, dass du mich abknallen kannst, wenn wir allein sind Also wenn ich jetzt dort drin ist es Muka Wenn ich sterbe ist es Tudu, wenn ich sterbe ist es Tudu Wenn ich sterbe ist es Tudu Da oben ist einer, der zielt so, der gefällt mir nicht Ist das die Gans unten dann? Ich bin immer hier Ja ist so Perry der Ziel Weißt du doch Golden Gun, okay, hier Okay Der Quillzix ist das nicht Weil Quillzix hab ich gestorben Wenn ich sterbe ist es Grantl Ja Da ist einer gestorben. Du bist so ein Grantl. Also Grantl ist es. Ich schätze auch mal. Wo ist der Grantl? Wir sind safe. Parry, Parry ist da noch. Quizzix pass mal auf Parry auf. Der ist in dem Turm da. Okay. So ich schieße noch auf ihn mit der Golden. Das ist hier. Oh mein Gott. Das ist Quizzix. Ich habe das gesehen. Was? Was habe ich denn gemacht? Quizzix ist es. Quizzix ist es. Dann tötet euch gegenseitig. Quizzix hat nämlich so einen Newton Launcher gehabt. Quizzix ist es. Du brauchst das niemand mehr zu erzählen. Alle sind tot. Trotzdem ist es Quizzix. Der Parry lebt noch. Den höre ich auch noch. Ja, aber ich bin interessant. Ja, dann ist es Quizzix. Töte den und du bist mein Freund. Aua! Aua! Quizzix, du bist echt ein Arsch, ne? Ehrlich, ey. So ein Dixx. Hauptsache den Kill mitnehmen und mich als Traitor mit umbringen. Du warst Traitor? Jaaa! Wollt gerade auf dich losgehen, dann schießt er auf das Fass und jagt uns beide in die Luft. Schwachschwankkopf, echt. Du solltest dich nicht hinterher nennen. Du hast doch was fast gesehen. Du hast doch genügend andere Ziele gehabt. Du hast doch genügend andere Ziele gehabt. Ich bin in die Luft gespawren und bin tot. Was ist das denn Scheiß? Du lebst gleich wieder. Hä? Ich stehe hier, seht ihr mich? Guck mal. Buka, über dir. Wo? Ja? Ich schwebe. Warte, warte. Schieß mir das Fass gleich ab. Wann spawn ich? In vier Sekunden. Drei, zwei, eins. Wer ist da bei mir? Wer ist da bei mir? Wenn ich sterbe, ist es Parry. Kannst du mir zeigen, wie ich hier runterkomme? Wenn ich sterbe, ist es Tudu. Hinter dir, Tudu. Andere Richtung. Ja, da lang. Geradeaus, dann ist da eine Leiter dran. Wenn ich sterbe, ist es Parry. Wenn ich sterbe, ist es Parry. Wenn ich sterbe, ist es Tudu. Ich bin runtergefallen und bin fast gestorben. Hast du dieses Spiel? Wenn ich sterbe, ist es Kevin, wenn ich sterbe, ist es Kevin. Kevin? Hast du nur den letzten Wort? Kevin ist es! Kevin ist es! Ich schieße es auf Muka. Wieso? Ich habe nichts gemacht. Wieso schieß es einfach auf mich? Dann fällt er vor mir runter. Klatscht er am Bordstein auf. Wow! Ich habe die Schild, ey. Jetzt Tudu. Das war knapp Parry. Ich dachte eigentlich, du wärst runtergefallen. Ich traue hier niemanden. Der Parry kämpft nicht. Das ist sehr verdächtig. Aber Tudu, warum bist du so... Wie nicht leben? Ja, weil ich da runtergefallen bin. Oh, Vorsicht! Oh, Sentry Gun! Ich habe dich gedatchelt. Ne, hast du nicht. Der Parry kam daher. Da ist einer, da ist einer. Du bist es, du bist es! Du hast mich angeschossen. Wieso bin ich es? Ich bin auf der Flucht mit diesem Scheiß Gun, Alter. Genau, die zielt doch nicht mehr auf dich. Ich schieße die ganze Zeit auf mich. Ich glaube auch, dass Guntelbart das ist. Du bist es, Muka! Du! Nein, nein! Sir Parry ist es! Der letzte, der da oben war, war Sir Parry. Ich bist aber nicht. Sir Parry ist es. Ja, beide sind es. Sir Parry ist es. Du bist ihr beide seid es, Alter! Ich schieße auf die Girl. Die am meisten Krakeelen, die sind es nämlich. Nein! Der Quill-Six kann... Krakeelen? Der Quill-Six, der kann es bezeugen, weil ich die ganze Zeit hier war. Niemand kann irgendwas bezeugen, der ist dein Traitor-Kumpel. Ich bin Detektiv, das geht nicht. Quill-Six ist es. Ah, nicht Quill-Six. Sir Parry, Sir Parry. Der ist bei dir irgendwo, Quill-Six. Pass auf. Der ist zu dir gegangen. Ah! Ich werde angeschossen! Der schießt auf mich. Jemand schießt auf mich! Der Traitor schießt auf mich! Genau. Du bist Guntelbart, ne? Wenn ich jetzt sterbe, ist es Muka. Nein, nein, nein! Die Gun schießt auf dich. Die Gun. Und die hat Sir Parry platziert. Nein! Fuck. Ja, er war Traitor. Die Gun hat nämlich dem keinen Schaden gemacht. Die macht nur dem Traitor keinen Schaden. Echt? Dann ist so Parry der Zweite. Wow! Der hat auf mich geschossen. Von irgendwo. Ich weiß auch nicht wo. Parry! Quill-Six! Parry, ich dachte wir wären freundlich. Da fliegt die Gun. Shogun. Parry, wo bist du? Wow! Der ist bei den... Der ist hinter den zwei Zwillings-Türmen da. Ah ne, der ist bei den... Ah ne, da bist du... Wie Kevin und Tudu schon wieder tot sind und ich auch. Ey, du schieß auf mich! Nein! Ja, normal. Das ist doch wie Versager, ey. Der hat denn auf mich geschossen! Der Parry! Ja, Muka ist es. Nein, Muka ist es. Parry, bist du innocent? Ja, natürlich. Parry, ey. Quill-Six, hab ich nicht grad... Sag mir, Muka ist es und ich töte. Hab ich nicht einen Traitor getötet? Sei ehrlich. Der ist bei den zwei Zwillings-Türmen. Ey, bist du behindert? Ich hab grad den Traitor getötet. Ja, du lachst schon, du wisse. Ey Junge, ne? Wie kannst du Parry vertrauen? Muka, man kennt deine Lache. Alter, wer schießt mich? Einer schießt mich. Ja, das ist Parry. Ich seh ihn nicht mehr. Alter, dieser Quill-Six, ne? Ich hab noch nie so einen dummen Jungen gesehen! Das sind zwei schwarzen Zwillings-Türmen. Ich seh ihn auch nicht mehr. Scheiße. Er ist auch schwarz geworden. Kannst du mich heilen? Ne, ich hab keine Punkte. Ich muss dann einen Dings an Traitor kommen. Ich suche den mal. Ich muss... Warte, ich versuch mal zu der Leicht zu kommen vor dem Dampelbart. Ok, wo liegt die denn? Äh, bei... Dann geb ich die Deckung. Äh, bei den Kisten beim Terminal-Modell. Terminal-Modell? Terminal-Modell? Ja. Dieses großes Schild dahinter, da. Wo man oben auf diesem Heli-Plattform ist. So. Warte! Boah, ich hasse dich, Parry, ne? Wie kannst du noch daran zweifeln? Ihr seid die Einzigen bei Überlebenden. Ja, ich hab doch Mucca gesehen. Was soll ich denn wissen? Wenn er nicht mehr redet, ist doch klar, dass er tot ist. Vielleicht ist er schüchtern? Jiri! Vor allem weißt du, ich töte den anderen Traitor, aber ich bin trotzdem der zweite Traitor. Ja. Ja, du hast doch deine Taktik mal erzählt, wie du es gemacht hast letztens. Dass du deinen Traitor getötet hast, weil du ähm... Und dein scheiß Insiderwissen, Mann. Dass die Gun auf einen schießen kann, ohne dass man Schaden nimmt. Ja. Tötet der mich einfach aufgrund dieses Insiderwissens. Ja. Dass mir aber erst... Dass mir später erst sau spät eingefallen wird. Ich überleg so, hey, die trifft sich so die ganze Zeit. Ich hab schon überlegt, wie ich dich töten kann. Yo Leute, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da oder kommentiert das Video. Hier oben habt ihr jetzt nochmal ein DayZ-Video und unten den letzten TTT-Part. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.